Herzlich Willkommen! Wir wollen immer wieder Mut machen, festzuhalten an den Verheißungen Gottes. Wir erleben es, dass Gott Dinge in Bewegung bringt, die niemand für möglich hält. Gott erhört Gebet. Hoffnung um 12, wir wollen dich heute wieder ermutigen. Gott ist größer und dazu gleich mehr. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet.missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Gott ist größer. Du sagst, den Satz hast du schon oft gehört, aber er macht vielleicht gar nichts mehr mit dir. Du kennst die Geschichte vom Volk Israel, das 40 Jahre in der Wüste umhergeirrt ist, wie man es so sagt, weil sie auch nicht den Mut hatten, ins verheißene Land zu gehen. Denn sie haben Kundschaft dahin geschickt und die haben gesagt, viel zu große Leute und Schwierigkeiten und so weiter. Und ja, sie waren praktisch entmutigt. Und dann Joshua und Kaleb, um die Sache kürzer zu machen, der Zeit wegen, hat dann nach vielen Jahren, haben Joshua und Kaleb entschlossen, wir gehen in das verheißene Land. Und die großen Leute waren immer noch groß. Jericho war immer noch eine befestigte Stadt mit den dicksten Mauern, die man sich vorstellen kann. Kann man heute noch Reste besichtigen. Ich glaube, sieben Meter dick, das war für damalige Zeit eine richtige Festung. Ja, und sie sind vorwärts gegangen. Was mir das auch sagt, egal wie groß die Schwierigkeiten sind, Gott ist größer. Aber zweitens, man muss vorwärts gehen. Man muss was tun. Man muss sich entscheiden, die Sache einzunehmen. Nicht, ach Herr, mach, mach, dass die Leute kleiner werden oder gar nicht mehr da sind und mach, dass die Mauern einfallen. Ja, er wollte sogar, dass sie mit den Trompeten, mit den Hörnern ringsherum gelaufen sind. Ihr wisst, am siebten Tag siebenmal sind sie herumgegangen und die Mauern sind eingefallen. Die sind nicht eingefallen, weil die Schallwellen so hoch waren, sondern durch den Glauben, weil sie gesagt haben, wir führen die Befehle Gottes aus. Das heißt, das ist ein Hand in Hand. Gott ist größer, aber wir haben was zu tun. Und wir haben, vorwärts zu gehen. Und ich sage dir auch, Gott ist größer. Mach den ersten Schritt. Gott ist größer als deine Krankheiten. Gott ist größer als deine Probleme. Gott ist größer als deine Sorgen. Und da kannst du jetzt alles andere einsetzen. Danke, Herr, dass du größer bist. Und danke, Herr, für jeden, der jetzt zuschaut. Herr, für seine Anliegen. Dass du größer bist, aber auch jedem den Mut schenkst, vorwärts zu gehen, um mit dir das Große einzunehmen und mit dir die Schwierigkeiten zu bewältigen, die Krankheit zu besiegen, den Feind zu besiegen, wo auch immer der Feind drinsteckt in wirklichen großen und kleinen Dingen. Danke, Herr, dass du größer bist. Amen. Gebet hat eine Wirkung. Und das werden wir nachher hören von den vielen Zeugnissen, wo die Menschen uns geschrieben haben, was sie mit Gott erlebt haben. Aber zuerst möchten wir beten. Und eine Fürbitte für eine Freundin hat uns erreicht. Und sie schreibt, ich bitte um Gebet für eine liebe Freundin, die wegen Brustkrebs operiert wurde und zur ersten Bestrahlung muss. Vielen lieben Dank für eure Gebetsunterstützung. Und Jesus, wir danken dir für diese Frau, dass du sie kennst und dass du weißt um ihr Problem. Und ich danke dir, dass du eingreifst, dass du der Heiler bist und dass dieser Brustkrebs verschwindet. Danke, Jesus. Danke, dass auch die Bestrahlung gut vertragen wird oder gar nicht mehr nötig ist. Und ich danke dir, Jesus, dass dein Heilungsstrom jetzt gerade ihren Leib durchströmt und dass jede Krebszelle eintrocknet und verschwindet im Namen Jesus. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau bittet für ihren Mann um Gebet. Sie schreibt, mein Mann hat Wasser in der Lunge und im Bauch. Im Moment hat er Atemnot und die Beinmuskeln lassen spürbar nach. Bitte, bitte unterstützt mich im Gebet. Und Jesus, du weißt auch um diesen Mann, der so in Not ist, der Wasser in der Lunge hat. Und ich danke dir, dass du diese Lunge berührst, dass du sie wieder herstellst in deine göttliche Schöpfungsordnung. Und ich danke dir, dass du jetzt gerade deine Hand auf diese Lunge legst und dass Heilungsströme fließen. Danke, dass diese Atmung wieder vollständig funktioniert, so wie du das geschaffen hast. Danke, Jesus. Und auch die Beinmuskeln. Danke, dass auch diese wieder in die richtige Funktion kommen. Wir danken dir für diese Berührung und für deinen Heilungsstrom. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf an. Die Infos sind eingeblendet. Eine Mutter hat ein Gebetsanliegen für ihren Sohn. Bitte betet für meinen Sohn. Er ist 28 Jahre und kürzlich Papa geworden. Es wurde ihm ein Gehirntumor entfernt und soll nun bestrahlt werden. Gott möge ihn vollständig heil machen. Wir waren letzten Sonntag in Karlsruhe im Gottesdienst. Und das hat mir Kraft und Mut gegeben. Herzlichen Dank. Danke, Herr, dass wir jetzt dafür beten dürfen. Und danke, Herr, für die Fürbitte der Mutter, Herr. Danke, Herr, dass wir uns da anschließen dürfen für den Sohn. Ich danke dir dafür. Herr, du siehst dieses Anliegen und, Herr, diesen Gehirntumor. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wir diesem Tumor in deinem Namen, Jesu in der Kraft deines Blutes gebieten, dass er weicht, dass er schrumpft, dass er verschwindet. In Jesu Namen, Herr, wenn es im Natürlichen, Herr, unmöglich ist, Herr, im Übernatürlichen, Herr, ist es für dich möglich. Wir glauben daran. Und danke, dass du das Wunder tust. Amen. Amen. Eine Frau hat Beschwerden in der Halswirbelsäule und bittet um Gebet. Bitte beten Sie mit mir, dass der Herr mich von einer Entzündung der Halswirbelsäule befreit, die ein starkes Brummen im ganzen Kopf verursacht. Das behindert mein Leben und meinen Dienst sehr. Ja, danke, Herr, dass du jetzt auch diese Halswirbelsäule durchströmst. Herr, danke, Herr, dass jeder Nerv, Herr, jede Bandscheibe und was da alles drin ist, Herr, Herr, berührst und, Herr, in den normalen Zustand, den normalen Zustand wiederherstellst. Herr, ich danke dir dafür, Herr, danke, dass da Entspannung reinkommt, dass da Heilung reinkommt. Danke, Herr, von ganzem Herzen. Amen. Amen. Gott greift ein in vielen Lebenslagen und das berichten uns Menschen. Und da möchte ich einige Zeugnisse vorlesen. Eine Frau berichtet von einem Wunder in ihrem Leben und mehr. Die Wunder, die ich erlebt habe, kann ich in einem Brief nicht beschreiben. Ich kann nur sagen, ich wurde neu geboren. Am Karfreitag war ich in der Gebetsnacht. Das große Wunder hat unsere Tochter erzählt. Sie erlebte es am Ostersonntag. Wir erzählten uns gegenseitig unsere Erlebnisse. Ich hatte in die rote Tasche gezeigt, die es an der Gebetsnacht gab und die ich mit Gesundheit für die Familie beschriftet hatte. Ihr kamen die Tränen und sie sagte, dass sie das am Ostersonntag genau spürte. Danke, großer Gott, und danke euch allen für die Gebete und für die Wundertaten in der Gebetsnacht. Nach 46 Ehejahren ist endlich Ruhe und Gelassenheit in unsere Familie eingekehrt. Wie schön, wenn Gott verändert. Drei Tage nach der Gebetsnacht geheilt, schreibt ein Ehemann. Danke für eure Gebete in der Gebetsnacht. Meine Frau wurde am 10.04.2023, drei Tage nach der Gebetsnacht, von ihrer Depressionskrankheit und Tavor-Abhängigkeit nach anderthalb Jahren geheilt. Die Medikamente hatten keine Wirkung gezeigt. Gott hat eingegriffen und die spontane Heilung herbeigeführt. Danke Gott und danke Jesus für die Erhörung unserer Gebete. Das ist wirklich ein Dank wert. Gebet für eine Schwangerschaft. Gott hat ein Kind geschenkt. Letztes Jahr habt ihr für meine Tochter für ihre Schwangerschaft gebetet. Gott hat ihr eine gesunde, muntere Tochter geschenkt. Wir sind ihm und euch sehr dankbar. Auch ein Gebet für einen Ausbildungsplatz wurde erhört. Ganz herzlichen Dank für eure Gebete. Unsere Enkelin hat einen Ausbildungsplatz bekommen. Unterschiedlicher können Gebetserhörungen nicht sein. Für Gott ist nichts unmöglich. Wie wunderbar. Dieser bunte Blumenstrauß, den wir gehört haben mit so vielen Heilungen, Berührungen, Veränderungen. Hast auch du was erlebt? Lass es uns wissen. Gott ist größer. Nimm dir heute, vielleicht hast du jetzt keine Zeit, aber vielleicht später. Nimm dir mal so fünf Minuten Zeit und die größten Dinge, wo für dich die Giganten sind, die Goliaths sind, wo du sagst, das wird sich nie ändern. Breche diese Macht und sage, Gott, du bist größer. Bete und sage, Gott, du bist größer, wie all das, wo ich so sehe, was so unmöglich ist. Gott, du bist größer. Lass uns dein Anliegen wissen, wenn du Gebetshilfe brauchst. Wir beten gerne für dich und heute auch bis 13 Uhr am Telefon. Ja, und es ist wieder Monatsende und da erscheint unser neues Magazin. Wenn du es noch nicht hast, bestelle es noch heute. Es ist völlig kostenlos. Und wir verabschieden uns für heute. Alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!